So kann man auch eine riesige Wasserfläche mit drei bis vier Routen abfischen, optimal, ohne dass man sich in die Quere kommt. Ich habe hier keinen Auftriebskörper mehr. Es ist wirklich sehr, sehr unauffällig. Somit ist der Köder fest mit dem System verbunden. Da wird die untere Öse eines 100-Kilo-Kugellagerwürbels eingebunden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017